Okay, wir sehen uns später. Hey. Hey, ich würde gerne mit dir ausgehen, wenn du noch Lust hast. Ehrlich? Wann? Wie wär's mit Freitag? Da werde ich wahrscheinlich bei meiner Mom essen, aber Samstag hätte ich Zeit. Okay, find ich gut. Hey. Wofür habe ich den verdient? Entschuldige, das kann ich dir nicht verraten. Okay. 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 Und weg ist sie. Cool. Das war leicht. Ich weiß nicht, was du gesagt hast zu Mona aber. Dankeschön. Sie hat es geschafft, zwei Stunden mit mir in einem Raum zu sein, ohne mich anzuspucken. Dafür musst du dich nicht bedanken. Doch. Doch. Nein, musst du nicht. Ich bin deine Freundin. Alles klar? Hannah? Entschuldige, Musik Musik